freunde da sind wir wieder zum nächsten hogwarts legacy guide und ich zeige euch heute einmal wie ihr tierwesen züchtet und damit auch cash verdienen könnt ja wichtig ist dafür dass ihr die aufgaben von die immer wird weiter verfolgt bis ihr von ihm den auftrag bekommt ein gehege zur zucht zu bauen das dauert eine ganze weile sage ich mal ihr könnt davor aber auch schon einige tierwesen sammeln damit ihr dann einfach schon mal einen grundlegenden zoo mit pärchen am besten habt also um immer männlich und weiblich in irgendwie ein gehege stecken damit das auch mit der zucht gut funktioniert ja freunde lasst gern mal ein däufchen hoch oder auch ein abo da und dann geht es hier direkt los die gibt uns also diese aufgabe und sagt wir sollen ein zuchtgehege bauen und das können wir machen denn wir können nach hocksmead reisen und uns dort dann schon mal den bauplan holen das machen wir als erstes mal gehen nach hocksmead holen uns da den bauplan für das tierwesen gehege für die brutstätte und kaufe eine zauberanweisung für zuchtgehege das machen wir er sagt auch noch dass wir testrale sammeln sollen wir haben aber das alles schon erledigt deswegen wird das hier bei mir aktuell nicht mehr angezeigt wir gehen also erst mal einmal nach hocksmead und holen uns dann die anweisung falls sie die testrale noch nicht habe zeige ich euch jetzt gleich auch noch eine location an der karte wo ihr die findet generell findet ihr dazu in meinem kanal aber auch im video dass euch alle standorte von allen tierwesen zeigt also klickt euch da gerne mal rein ich glaube ich pack euch auch noch mal in die beschreibung und ja hier kaufen wir erstmal die zauberanweisung ich hole mir gerade noch die zauberanweisung dummkompost und ja dann gehen wir entsprechend weiter zurück in den raum der wünsche und holen uns dann dort wieder die bauanleitung raus um entsprechend das gehege zu bauen klicken hier also einmal auf die karte hier oben ist übrigens noch der tastral da könnt ihr den fang nicht hier oben nicht da dass die riesige lila schildgröte sondern das ist hier der stralbau da können wir ein oder beziehungsweise zwei fangen wir brauchen ja immer männchen und weibchen und da ist zum beispiel ein fundort der testrale jack das gerne mal ab falls ihr wissen wollt wie gesagt wie die anderen tierwesen wo die sind klickt mal in kanal rein da sind alle standorte für alle tierwesen verlinkt ja dann gehen wir zurück in unseren raum der wünsche sprechen dann noch mal mit die so dass wir alles erledigt haben und können dann wieder zurück in unserem tiergehege rein und können dann quasi dieses zuchtgehege bauen ja freunde wichtig um wirklich kohle zu machen ist natürlich dass ihr viele viele zuchtgehege habt und die brauchen wir natürlich um dann später auch viele nachkommen zu zeugen das heißt ein raum der wünsche hat ja relativ wenig platz es gehen immer nur vier tierarten rein und ihr bekommt zwar dann noch mehr räume wie man hier gerade sieht wo ihr auch noch tierarten reinpacken könnt und ihr könnt dann in jedem raum quasi vier verschiedene arten züchten müsst natürlich immer aufpassen der platz ist so ein bisschen beschränkt deswegen müssen wir da ordentlich was reinpacken um die zu züchten ja also brauchen wir auf jeden fall viele zuchtgehege wenn wir vier tierarten züchten können wäre es natürlich vom vorteil dass wir in jedem raum vier zuchtgehege reinbauen das passt vielleicht nicht immer mit eurem mondstein überein das war bei mir jetzt auch so der fall aber zuchtgehege kostet ja schon ein bisschen was es sind 15 mondsteine die das kostet ist schon ordentlicher preis und dann können wir das hier auf jeden fall aufstellen also vier zuchtgehege in einem ja in einer tierwesen farm macht auf jeden fall schon sinn damit wir einfach ordentlich tierwesen abstauben können das ding ist für jedes tierwesen bekommt ihr 120 gold völlig egal welches ist wie groß und wie es aussieht ist spielt keine rolle es sind immer 120 gold stücke ist jetzt nicht sonderlich viel aber wenn ihr das jetzt bei allen macht bei allen quasi vier gehege drin habt und die tierwesen rauszuholen und bei allen vier gehege gebaut hat vier zuchtgehege in allen räumen wenn man das da mal hoch rechnet sind das schon mal locker 2000 gold stücke die man dann hier bekommt und das ist natürlich sehr lobenswert weil wir können immer einfach weiter zocken und nach einer circa halben stunde spielzeit haben wir dann wieder unsere 2000 gold stücke also ist eigentlich ganz gut das auf jeden fall zu machen gehen wir hier rein und packen dann hier die tierwesen rein die wir züchten möchten wie gesagt völlig egal welches tierwesen ihr züchtet ist es gibt alles gleich viel geld alles gibt 120 gold stücke relativ wenig meiner meinung nach aber ja hier könnt ihr die züchten und dann mit dem gehege aufbauen packt also so viele zuchtgehege in ein tierwesen bereich wie ihr könnt bei mir waren das jetzt erst mal drei dann sind mir langsam die mondsteine ausgegangen ist aber auch nicht schlimm vier ist maximal in einem gehege was ihr machen solltet um dort die tierwesen rauszuholen ja und dann müsst ihr eine halbe stunde circa warten bis das nächste tierwesen geschlüpft ist ihr bekommt dann insgesamt vier tierwesen also heißt 600 gold stücke ungefähr pro gehege wenn wir jetzt drei stück haben haben wir im endeffekt 1800 bis 2000 gold stücke pro durchlauf das heißt wir können alle halbe stunde ja je nachdem wie viel tierplätze ihr schon freigeschaltet habt entsprechend ja 2000 bis manchmal auch 2500 gold stück abholen indem wir dann natürlich die neuen tierwesen wieder einfangen und in der stadt von hawks mit verkaufen ja eigentlich relativ simpel freunde und das ist quasi automatisch generierte gold stücke für euch wir schnappen uns dann einfach das tierwesen was wir gezüchtet haben packen dass hier rein und können dann dass im jahr im shop verkaufen also bekommen dann unsere 120 gold stücke pro tierwesen mal vier stück sind wir also ungefähr bei 600 und ja das war es in dieser stunde freunde wir haben dann eine geldmaschine gebaut quasi können immer die tierwesen verkaufen passt aber darauf auf dass ihr natürlich immer noch männchen und weibchen zu verfügung habt um diese zucht weiter voranzutreiben und ihr könnt dann zb ein altes tierwesen verkaufen oder halt das neue und warten bis es eben entsprechend geschlüpft ist ja freunde so haben wir das eigentlich erledigt haben uns eine kleine geldmaschine gebaut und ja lasst gerne mal ein däumchen hoch oder auch ein abo da das war es eigentlich schon für diesen guide relativ simpel sage ich mal ihr braucht halt erst mal einen haufen mondsteine die findet ihr aber überall in der welt ruht euch da einfach ordentlich was und dann können wir das hier so machen alles klar leute vielen dank für euer däumchen und euer abo und dann sehen wir uns beim nächsten mal schaut gerne mal im kanal rein da findet ihr noch einige guides zu Hogwarts legacy würde ich mich freuen wenn wir uns beim nächsten mal wieder hören und ich sage bis dahin macht's gut und ciao ciao ciao